Hallo und jetzt willkommen zu meinem neuen Video, die Mädchen-WG in Valencia, Folge 14. Und ich zeige euch das nicht mehr mit meinen Fingern, weil ich halt nur 10 Finger habe und ich habe auch keinen Bock mehr, mir etwas Neues auszudenken. Punkt. Ihr könnt das alles auch im Titel lesen. Ja, bevor wir anfangen, ein kleiner Hinweis, weil ich es ein bisschen ungeil finde langsam. Unter manchen Videos von der Mädchen-WG wird halt gerne mal kommentiert, dass sie ruhig ertrinken könnten oder sterben oder sonstiger Kram. Das ist jetzt nicht so nett. Also man muss noch bedenken, es sind halt vorpuppertierende, pubertierende Mädchen. Wir werden jetzt zwischen 13 und 15 halt. Also was will man da jetzt erwarten? Also man muss, man kann ruhig, man muss es nicht übertreiben. Egal, fallen wir direkt mal an. Ja, die Mädchen sind gerade aufgestanden und wir können Lisa und Chantal bei Spannenden Bartgeschichten zuhören. Mit Pickel fallen wieder eine Party auf meine Stirn. Also ich sehe da jetzt nicht viel. Uh, wie spannend! Ich glaube, das hat doch damit zu tun, einfach wenn man in die Pubertät so kommt. Nein, ohne Witz jetzt Lisa, es könnte an der Pubertät liegen. Was du nicht sagst, ist so krass. Ich mag es auch nicht so, wenn man zum Beispiel angegapft wird von mir. Gut, dass diese Aussage von Chantal kommt, weil sie kraftet ja immer sofort aus, wenn sie Jungs sieht. Also da gibt es nicht richtig eine Konfrontation und das Anstarren steht ihr auch so gar nicht. Naja, während Lisa und Chantal Bartgespräche führen, sind Chang, Emma und Angelina beim Frühstück machen. Weil, ne, ja, sind sie halt. Ich kann keine Luftgitarre, wie machst du das? Chang, ist das dein Ernst? Das ist Luftgitarre, das Katapult jeder. Bam! Jeder. Aber die waren nicht im Kühlschrank. Die waren nicht im Kühlschrank, dann können wir sie wegschmeißen. Für das Protokoll Tomaten müssen nicht in den Kühlschrank. Mega lecker sieht es aus. Frühstück ist fertig. Oh mein Gott, es gibt Rührei, es gibt Obstsalat, es gibt ganz viele belegte Brote. Zur Erinnerung, am Tag zuvor gab es Cornflakes. Aus ekelhaft, sauber gemachten Schüsseln. Man merkt so die Unterschiede für den Arbeitseinsatz, den die Mädchen sich untereinander geben, ne? Ja. Experiment, dass wir unsere Handys einfach in die Mitte legen und einfach gucken, wie lange wir aushalten ohne. Ja, natürlich. Ja, natürlich, voll die gute Idee. Okay, Fun Fact, ohne Fun. Ich habe das auch mal gedacht, hey, ich mache jetzt mal Handyfreie Zeit, weil ich will mein Handy nicht darauf benutzen. Ich habe es ausgemacht, ich habe es weggelegt und habe mir gedacht, so, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich verabrede mich jetzt mit Freunden. Habe mir mein Handy genommen, habe es wieder angemacht, habe ich verabredet und gedacht, okay, das war die Bimmste Idee, der war. Ja, nach dem Frühstück stellt Chantal fest, dass sie quasi dem Tode nahe ist, sie hat Halsschmerzen und muss deswegen das Bett hüten. Also die anderen haben mich sehr lieb um mich gekümmert, weil das war einfach so nett, weil die haben mir so Essen gebracht und richtig leckere Kekse. Und dann habe sie mir noch einen Tee gebracht und es war richtig nett, so wie Mutter Teresa. Ja, genau so wie Mutter Teresa. Wofür ist Mutter Teresa mich richtig bekannt? Dass sie kranken Leuten Tee gebracht hat. Ah, und dann wurde sie eine Heilige. So, genau so war das. Ja, nachdem Chantal jetzt umsorgt wurde, gehen die restlichen Mädchen in Zweierpächer einkaufen. Und zwar gehen Lisa und Emma in den Supermarkt, weil sie Supermarktkram brauchen. Und Angelina und Chang gehen in den Ein-Euro-Shop, weil sie Ein-Euro-Shop-Sachen brauchen. Hola. 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 Die Frau weiß schon Bescheid, das wird Chaos. Mädchen mit dem Kamerateam, das wird schlimm. Gucken wir uns mal kurz an, was Chang und Angelina alles so Tolles finden. Pampons, Pampons. Dann müssen wir für jeden Mädchen mitnehmen, okay? Oh mein Gott. Ja, es gab in diesem Land alles, 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 alles. Das hört sich nicht gut an. Guck mal, wir können die passende Hüte spielen. Warte, warte, warte. Oh mein Gott, Pampons, wir passen die Hüte. Ach ja, ihr fragt euch bestimmt, warum kaufen wir das überhaupt? Weil die heute einen Auftritt haben für ihr Umweltprojekt und dafür Geld und Spenden sammeln wollen. Und dann muss man natürlich richtig gut aussehen. Ja, Lisa und Emma sind letztendlich im Supermarkt und normales Einkaufen ist denen natürlich zu langweilig, um zu spielen, wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre, würde ich zu der Frau gehen und sie einfach auf Deutsch anlappen und ernst bleiben. Hallo, wissen Sie vielleicht, wo es hier so Parfüm gibt oder vielleicht so Wasserflaschen oder vielleicht so Shampoo? Ich hatte langsam das Gefühl, die Leute kennen langsam die Mädchen-Wiki in Valencia, weil der Blick ist bei allen gleich, oder? I hate you. Oh mein Gott, ich gebe Bärte. Oh mein Gott, du Bärte! Okay, wir beruhigen uns jetzt wieder, Chang, das sind nur Bärte. Ein Bart ist so cool, weil er immer so flauschig ist und wenn man keine Lust mehr auf irgendwas hat, kann man sich einfach entspannen, indem man so so macht und das ist so cool. Ja. Nee. Ich habe uns am Anfang gedacht, warum geben wir jetzt Geld aus für einen Auftritt, wo wir Geld sammeln, aber wenn wir jetzt besser aussehen, dann kriegen wir, glaube ich, auch mehr Geld. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es wäre doch klüger gewesen, das Geld für den Einkauf als Spende zu nehmen. Wer weiß. Okay, wie viel Euro? Quantos? Oh mein Gott, das ist unter 60, das ist unter 60! Ah, unter 60, unter 60! Und, oh mein Gott, die armen Kunden. Das ist nicht mehr Begeisterung. Ja, kurz danach holen die Mädchen dann Chantal ab und bereiten sich auf ihren Auftritt vor und das schon im Stadtpark, Park, irgendwo halt. Und, naja, Angelina hat da auch ihre Ansichten zu. Es kann eigentlich nur gut gehen und wir sind gut vorbereitet, aber es ist ausbaufähig. Ausbaufähig? Ja, dann schauen wir uns mal an, was so ausbaufähig ist. Ja, ich glaube, das kriegen wir gleich perfekt hin. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, dass ihr das perfekt hinkriegen werdet. Das kann nur super werden. Ja. Ich glaube, das Einzige, was helfen wird, ne, ist mein Bart. Ja, es hilft vielleicht, weil dich dann keiner mehr kennt und du ganz schnell weglaufen kannst. Aber sonst so. Das war echt cool, dass so viele Leute dann erstmal da waren. Oh mein Gott, es sind echt viele Leute da und es wirkt auch echt so, als ob sie nur für den Auftritt gekommen sind. In Sportkleidung. Beim Sport machen. Wait a minute! Slash! 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 It's for a good thing! Dass sie dann alle sofort wieder los mussten, fand ich schon echt enttäuschend. Ja, die hatten alle ganz wichtige Termine ganz plötzlich, als sie die Mädchen gesehen haben. So alle 100 Leute dort. Das war ganz dringend. Schade. Wirklich schade. Ja, also als ich die US-Boys gesehen habe, das war schon so eine Mischung aus, wow, ich freue mich, dass sie gekommen sind. Und dann war es auch so eine Mischung aus, oh nein, ich werde mich blamieren vor denen. Einsicht ist der erste Schritt. Ich sage es immer wieder. Einsicht ist einfach der erste Schritt. Oh mein Gott, volle Hütte, die Menge tobt, was will man mehr? Ja, und am Ende zählen die Mädchen, was denn wirklich bei ihrem Auftritt jetzt bei rausgekommen ist. Das vielleicht mal das Geld zählt. Ja, also 50, 50, 60, 70, 1,50 Euro. 1,40 Euro. Hätten die doch mal lieber statt der Kostüme und den ganzen Kram das Geld in die Spendenbox getan. Sie hätten ungefähr 20 mal so viel. Ärgerlich. Ja, und das war es auch schon mit der Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ihr gerne den ganzen Auftritt gesehen hättet. Er hätte euch berührt. Oder auch nicht. Ja, ansonsten würde ich euch gerne einen anderen Kanal vorstellen. Ich hoffe, meine lieben Katrin, sie stellt Bücher vor und stellt die Szenen aus Büchern so ein bisschen nach und macht ganz coole Videos, finde ich. Und sie ist noch ein ganz kleiner Kanal und ich führe das ganz toll und süß. Und deswegen würde ich das einfach gerne vorstellen. Und ich verlinke euch hier oben irgendwas. Und ansonsten, wenn ich euch gefallen habe, könnt ihr mir gerne hier ein Abo da lassen oder hier ein anderes Video angucken. Und ich packe jetzt hier alles voll. Und ja. Nächste Woche übrigens kommt mein Video erst Montag und nicht Sonntag. Warum, das werdet ihr dann sehen. Mir egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.